hallo auch an alle auf youtube ich werde den stream auch auf youtube hochladen und alles weitere ja kriegt man jetzt gleich mit wir spielen ein neues mod pack und zwar so ich kann ja schon mal auf dem server join in der zeit gucken wir noch mal schnell hier alles an sehr schön und auch alles aufgenommen perfekt ich höre sie schon da sind wir jo alles klar und es muss anfangen zu regnen ja so walking dead 1 16 5 mod pack ja rpg mod pack und alles klar und ja wir lassen uns mal überraschen konsole läuft mäßig gerade wow let's get started hammer stein brauchen wir und das andere war was sticks müssen wir hinkriegen ich hab ne axt jo erste quest haben wir damit erledigt ach ach das sind die geräusche ah ok nice nice hab ich überhaupt ne rüstung an nö hab ich natürlich nicht oh da hinten hab ich schon kohle gesehen gönnen wir uns natürlich auch gleich hammer 16 stück wie viel hammer 9 wow ja in dem mod pack geht es einfach darum zu überleben jeder das walking dead kennt weiß der bescheid und wir gucken einfach mal so quest hammer erledigt warte bitte was 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 nee ich will das da machen stein picker kriegste ist hier tinkers drauf tinkers ist drauf cool ich weiß nicht welche mods drauf sind nur mal so nebenbei gesagt und da lassen wir uns einfach mal überraschen wir müssen auch mal gucken wie wir das machen mit dem niederlassen ob wir dazu in irgendein haus gehen oder uns selber was aufbauen mal schauen was das ist weiß ich noch nicht dass wir auch noch herausfinden ich brauche erstmal ganz kurz ein bisschen kohle ein bisschen holzkohle muss reichen ähm drei stück so das da ein pflanzen zeug dahin passt mal gucken was ist das denn oh 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 nee ach nö es gibt eine werbungsmot ach nö ach nö scheiße wieder drei slots umsonst belegt naja passiert halt äh ne brauche ich erstmal nichts weiter herstellen ähm ähm jo das kommt davon wenn man nicht aufpasst ne angel seeds und eisen jo so ich werde aber direkt auch am spawn bleiben ich werde mich nicht großartig verpieseln und die minimap oben macht mich ein bisschen körre jetzt wird mir alles unter tag angezeigt gut dann suchen wir uns erstmal ein häusler wo wir eventuell die nacht ja die nacht über dauern so hier war der spawn ähm ich will ja nicht auf dauer hier bleiben und das ist auch glaub ich nicht Sinn und Zweck des ganzen ne in dem pillager dorm vor allem Turm könnte man sich ja niederlassen ähm höh hee 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 Weil wenn nicht, dann ist das jetzt mein Turm. Ähm. Jetzt. Okay. Die sind dann wohl ausgeschalten. Oh. Okay. Ja, da sind die ersten Zombies. Ähm. Wir bleiben definitiv die Nacht über in dem Turm, würde ich sagen. Ähm. Ja. Dazu sag ich jetzt mal nix. Ähm. Mal ausleuchten. Eins. 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 Oh. Ich feiere ja diese Geräusche-Mod hier drauf. Äh. F7 war das, glaube ich. Genau. Hier ist komplett ausgeleuchtet. Ähm. Hier ist komplett ausgeleuchtet. Und hier teilweise. Ein Türchen hätte ich gerne mal. So. 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 So muss ich mal safe. Ach nö. Es ist so eine Kack-Sortier-Mod drauf. Oh. Alter, die Tiere da draußen. Das wird das erste sein, was ich hier ausmerze. Äh. Das weg. Das Geld kann erst einmal rein. Das kann erst einmal rein. Das. Eine Angel. Und wie viel Ziels? 16 Stand, glaubt er ja. 16 Stück. Ähm. Äh. Alter. Ach, schreck mich nicht so. F7 kann ich wieder wegmachen. Ah, die Zielaufgabe geht ja easy hier. Die geht ja einfach. Na, die Elefanten möchte jetzt nicht schlagen. Ich weiß nicht, wie die drauf reagieren. Difficulty 1. Was? Ist doch auf normal eingestellt. Ja, ist normal. Das ist alles auf normal eingestellt. So soll's auch sein. Ich will jetzt nur so ein Zombie wegklatschen. Ähm. Das ist ja ein Fall. Ich glaub, ich muss die Difficulty da nochmal umschalten. Das ist schwer. Ja. Was hat denn der hier? Basic Bullet. Stimmt. Waffen gibt's hier drauf. Wir auch. Ha. Ja. Gut. Gut. Das da. Äh. Quests erstmal abgeben. Das kriegt man noch hin. Gerade so. Plants seeds to make weeds. Okay, das kann man so nicht umgehen. Schade. Äh. Erze machen wir mal da oben rein. So wie das ganze Geldzeug hier. Ja. Ansonsten. Die nehmen wir mit. Die bleiben hier. Die bleiben hier. Die nehmen wir mit. Aber wobei. Ne, das nehmen wir auch mit. Ähm. Düt, 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 düt. Wie machen wir das? Ich würde die Treppen hier drinnen halt wirklich gern behalten. Die sehen irgendwie geil aus. Wir gehen mal unter Tage. Ha. Unter Tage. Nice. Schön, schön. Oh, nein. Das nicht. Oh. Okay. Aber hey, wir haben es erst da. Da ist eine. Äh. Düt, düt. Düt. Hier gibt es nix mehr außer Kohle. Schön. Ui. Ui. Iiii. Iiii. Käfer. Okay, dafür werde ich Eisen brauchen. Und fackeln. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Ich muss alles doppelt herstellen. Darko spielt ja auch noch mit. Questbuch technisch werden wir uns nicht vereinen. Er kann auch gerne alleine spielen, wenn er möchte. Das muss er dann selber entscheiden. Er darf sich nur nicht in einem fertigen Haus niederlassen. He he he. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe einen Pillager-Turm. Ich habe einen Pillager-Turm. He he he. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe einen Pillager-Turm. Sklade. Sklade-Creeper und sowas ist alles disabled. Soweit ich weiß. Es dreht sich ja einzig und allein nur um Zombies. Halt um Walking Dead. Überleben. Zivilisation aufbauen. Bin ich mal gespannt, wie weit wir da kommen werden. Ich muss sowieso mal gucken. Ich muss mich mit der neuen Maschinen-Mod, die hier drauf ist, mal vertraut machen. Denn die kenne ich überhaupt nicht. Das hat man ja vorhin schon gesehen. So, das, 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 das. Dann gehen wir mal ganz kurz ein bisschen Eisen durchschmelzen. Aber vorher, wir machen erstmal die Dinger hier weg. Brauchen wir nicht. Äh, noch einen zweiten bitte. Danke. So, hier unten kommt der ganze Schnatteri-Datsch erst einmal rein. Er hat sich hier oben, habe ich gesagt. Holz haben wir mehr als genug hier. Also, ja. Ohne Probleme. Sind die Zombies hier zufälligerweise verbrannt und haben den Loot liegen lassen? Das wäre richtig geil. Hm, anscheinend nicht. Schade. Ui. Ach du, okay. Gut. Da werden wir nicht so schnell runtergehen. Äh, Home-Punkt habe ich mir irgendwie teilweise gemerkt. Bist du lieb? Oh, du bist ein Schwein. Leute. Okay. Äh, hier geht's hoch. Ähm. Hallo? So. Warum sind hier Knochenblöcke? Also, okay. Ich beschwere mich da nicht drüber. Ganz im Gegenteil. Einfach mal mitnehmen. Aber trotzdem. Hä? Ich würde schon gerne irgendwie an einem Fluss... Nicht an einem Fluss wohnen wollen. Ne, nachdem ich das Krokodil gesehen habe, will ich da nicht... Aber, oh, ich ziehe nochmal um. Ich muss umziehen, es geht nicht anders. Hier ist ein Ozean. Da ist ein Ozean, da will ich schläben. Äh. Warte, was? Was ist... Ach so. Okay. Ja, schön gerendert. Ne, hier will ich nicht leben. Da sehe ich so eine hässliche Stadt. Äh. Was ist denn nochmal die große Map? X. Ne, ich bleib in dem Pillager-Turm. Da bin ich schön umgeben von allem Möglichen, was ich brauche. Ey, bleib stehen! Bleib hier! Bleib hier! Komm her! Hörst du! Komm! Bleib ich! Ach! Jetzt! Aber wenn man sich auf so einem Plateau niederlässt, ist das doch auch richtig safe. Wenn man nur einen einzigen kleinen Aufgang hat, oben alles ausgeleuchtet, mit einer kleinen Falltür. Wenn nachts ist, öffnet man die. Die Mobs kommen hoch, fallen da rein, sterben. Und wir sind auf jeden Fall erstmal safe. Garzellenhorn, okay. Ey. So. Was? Kann man sich hier im Questbuch was mit diesen Nickel holen? Ui, was ist denn? Ui. Ui. Okay. Äh, ja. Gut. Hat sich das auch schon erledigt. Wir gehen wieder zurück zur Base. Und fangen so langsam mal an, Felder zu bestellen. Das werden wir nämlich auch brauchen. Äh, lol. Ich hab mal Ablege gegessen und eine Quest abgeschlossen. Geil. Das ist geil. Sand hab ich ja jetzt auch ein bisschen. Den kann ich gleich mal durchschmelzen. Na, da können wir ja wenigstens ein paar Scheiben einführen. Ich werd den Turm sowieso definitiv umbauen. Der gefällt mir so nicht. Ich werd hier richtig schön was draus bauen. Oder ich reiß den irgendwann komplett ab und baue mein eigenes Ding hier hin. Ähm, 40 Sand. 8, 16, 32, 40. Passt. Äh, haben wir hier irgendwas? Hier haben wir was abgeschlossen. Okay. Was? 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 Ja, gut. Ein Schwert, eine Picke und die Rüstungsteile. Äh, ich würd sagen, wir machen erstmal... Ja, doch. Erstmal nur Werkzeug draus. Rüstung ist erstmal egal. Also, einmal das. Dann einmal das. Und noch das da. Da können wir nämlich schön farm gehen, erstmal. Äh, das alles hier rein. Äh, das kommt auch da rein. Das Schwert kommt da hin. Die kommen hier hin. Das kann erstmal da hin. Ich hatte doch hier Hammerwasser. Doch, Hammerwasser. Ich brauch ein Zäunchen. Ich brauche ein Zäunchen. Äh. War das so hier mit dem Tür? Mit der Tür? Nö, das war anders. So. So. Das soll der erste Mal reichen, denke ich. Äh. Dut, dut, dut. Zwei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir machen erstmal ein kleines Feld. Eins, zwei, eins, zwei. Drei. So. So. Fackel. Fackel. Jetzt habe ich die Home vergessen. Och, Eik. Und die Ziza. Und das haben wir vergessen. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. So, das Überleben des Eik ist gesichert. Äh. So. Hab ich richtig gesehen? Wir haben wieder eine Quest abgeschlossen. Mehrere sogar. Oh, da war ja noch eine. He, he. So, jetzt müsste ich das Rhythm in die Hand nehmen können, um das auszutricksen. Nö, weil er 16 will. So ein Scheiß. Äh. Das, das, das. Gut. Wir brauchen noch mehr Eisen. Und, da wir jetzt eine Eisenpicke haben, können wir uns noch dieses komische Erz hier holen. Äh. Doch. Das hier. Moment. Damit ich nicht immer vorbei renne. Was ist das denn? Zinkerz. Okay. Von welcher Mod ist das? Steht nicht drauf. Okay. Zink kann man nur mit Dia ab... Ach, mit Eisen abbauen. Interessant. Interessant, interessant. So. So. Oh, es geht ja noch weiter. Das geht ja noch weiter hier. Okay, ich muss mal ganz kurz was gucken, ne? Äh. Äh. Mutanten. Ach so. Weil die nicht spawnen können am Tag. Okay. Dann mache ich die Konsole jetzt aus. Das irritiert mich nämlich. Das irritiert mich, wenn die ganze Zeit irgendwas Rotes durchläuft. Weil die Mobs nicht spawnen können. Ähm. Die Mod ist drauf cool. Aber. Geht nur mit einem? Okay. Das heißt, ich habe mir umsonst drei Eisenpinken gemacht. Aber gut. Wobei, ne. Ist nicht umsonst. Wenn eine broke ist, kann ich... Ich habe kein Eisen dabei. Kann ich die nicht reparieren? Dann nutze ich die anderen. Nice. Schlau, schlau und gut mitgedacht. Deik. Äh. So. Hier drüben war wieder Zink. Und irgendwelche Bugs. Also Käfer. Äh. Herobrine? Ne. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Options. Äh. Controls. Dynamic Surrounding. Jai. Minimap. Minimap. So One Pro. Keine Ahnung, was das war. Skilling Health. Das muss ich mal umlegen. Auf jeden Fall. Auf M. Äh. Es gibt kein Weinmeiner or Excavator oder sonst irgendwas drauf. Okay. Dann machen wir das alles ohne. Ist ja kein Banebruch hier. Das ist ja kein Banebruch. Äh. Aber das ist einer. Ich komm hier nicht einfach so rüber. So. Ey. Was du? Äh. Was gab's denn? Cookroad Shrinkfragment. Okay. Oh. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Nice, nice, nice. Hier fällt nichts runter. Tö, 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 tö. Hier fällt nix runter. Nee. Brauche ich überhaupt so viel Zink? Ich hab schon halb im Stack. Ah, noch mehr Eisen. Ähm, hallo? Also, Eisen ist immer gut. Nehme ich auch dankbar an. Dies wäre noch besser. Aber so weit bin ich noch nicht. Tö, tö, tö. Ich muss mal gucken, wie sich das mit den Villagern verhält. Weil die sollen auch irgendwie ganz anders programmiert sein hier drinnen. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Weil mit denen soll man ja handeln können. Deswegen auch die Geldmünzen. Und, ja, man hört's ja sicherlich. Ich bin erkältet. Ich hab'n schönen krippalen Infekt. Also, wundert euch nicht, wenn ich mich etwas komisch anhöre. Äh, das Zinklass mal erst. Und noch mehr Eisen. Läuft. Da bin ich ja dann erstmal full Iron. Hab' alles eingesammelt. Nice, nice. Oh, das sieht so geil aus. Bloodborne ist leider nicht drauf. Das hätte ich hier richtig gefeiert. Wirst du... Nein, wirst du... Du darfst nicht überleben. So. Du verträgst das, äh, Zombie-Virus. Äh, du verträgst, du überträgst das Zombie-Virus. So. Oh, da drauf erst mal ein Schuch Kaffee. Das muss sein bei mir. Jeder, der mich kennt, weiß, Kaffee muss bei mir sein. Und das ist mal ein fettes Eisen-Vorkommen. Holy shit. Wie fleißen herzapp' ich denn ein... Oh, das ist locker eine Rüstung. Für die Rüstung baue ich nur 24. Oh, noch mehr Werkzeug und Tools. Und noch mehr Kohle. Und noch mehr Kohle. Und noch mehr Kohle. Und noch mehr Kohle kommt zum Vorschein. Ja, und noch mehr Kohle. Alter Schwede. Und Zink. Du, 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 du. Ja, 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 haben wir... Ja, wir haben alles, sehr schön. Ja, sehr gut. So, dann eine Fagel. Lass uns hier nichts heimlich überraschen tun. Ein Hühnchen hat ein Ei gelegt. Na, sowas. Das nehmen wir mit. Ja, gut. Wie viel haben wir jetzt? Über den Stack. Ich lasse das und die Kohle erst mal liegen. Lass mich. Mami. Hört, da kommt das Wasser hoch. Was ist denn das für ein Gollum? Ähm. Was macht denn der? Hä? Was ist mit dem im Stein passiert? So, ausgetrickst. Höh. Oh, büüüü. Nein. Au. Hör auf. Ähm. Ja. Ja. Da war ein Eick-Ul-Tot. Ja. Gut. Ich hoffe, hier ist ein Grabstein-Mod drauf. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber müsste eigentlich. Ja, Gravestone. Gut. Gut. Holy shit. Und der lebt immer noch. Ähm. Hä? Hä? Das Vieh ist mir ein bisschen zu overpowered. Kann ich den ja nicht irgendwie austricksen? Nein, kann ich nicht. Ich kann ihn nicht austricksen. Okay. Äh. Falsche Richtung. Okay. Das Questbuch verliert man nicht. Aber alles andere. Seltsam. Äh. Lass mich rein. Boah. Ich feiere immer noch diese Geräusche-Mod. Die ist so geil. Weil die kann in jedem Mod-Pack vorhanden sein. Hehe. Tschüss. Wir gehen erst mal zurück. Machen uns eine Eisenrüstung. Und danach. Gucken wir mal weiter. Jo. Also die Base muss man definitiv safe bauen. Wenn die durchsteigen durch so eine Special-Attacks machen. Das wird ein Spaß werden. Ähm. So. Das da rein. So. Wir brennen das einfach mal durch. Mal gucken. So. Ich werde auch nicht auf Dauer hier drin verweilen. Und zum Gegenteil. Ich werde mir hier eine eigene Base bauen. Eine richtig schön große. Die safe ist. Muss ich jetzt hier Vogelscheuchen aufbauen? Dass die meinen Weizen in Ruhe lassen? Das wäre geil. Hier kommt wieder der Kackrabe. Geh weg. Kann ich die Todespunkte irgendwie weg machen? Ich will jetzt hier nicht irgendwas drücken und dann schmiert das Server ab. Das ist mir scheißegal. Ich bin da bei Jai. Ähm. Open Railpoint Screen machen wir auf B. B. Ne. Ne. Auf V. Nein. Auf N. Ja. Ähm. So. Äh. Die sind auch da. Äh. 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 Gut. Äh. 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 Schüchen. Äh. Äh. Schüchen. Wir kriegen das. Füße. jetzt, ne? Oh. Da geht schon an die Dias. Lull. Warte mal. Was? Mauer? Ach. Nee. Ah. Mann. Ah. Okay. Ähm. Komm. Weiß ich, was wir gleich machen werden. Jetzt aber ein Helm. Mein Helm. So. Oberkörper ist erstmal egal. Es tut mir leid für die Geräusche. Wir blündern die Stadt. So wie es in Walking Dead auch üblich ist. Jetzt will ich mal was gucken. Äh. Äh. Ich kann zaubern. Cool. Hm. Oh ne. Okay. Jetzt nicht mehr. Chicken Wing. Chicken Wing. Chicken Wing. Tot. Ähm. Ich hör sie. Da. Ah. Ah. Ich hör sie. Ich hör sie. Ich hör sie. Ich hör sie. Okay. Hier muss man halt wirklich. Äh. Aber. 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 Was ist mit dem Falsch? du hübsch? Wir müssen. Wir müssen wuerre werden. Wir müssen w 문제, doch. Kommst du denn immer hoch? Seit wann können Zombies klettern? Holy shit! Oh man! Das schreckt mich doch nicht so, ihr Hunde! Äh... Ups! Oh, ich hab nen Kopf bekommen! Cool! Ähm, nein, nein, nein! Okay, der ist kaputt! Nein! Nein! Scheißen! Ja. Es ist nicht so einfach zu überleben hier. Das ist einfach gar nicht so einfach. Holy shit. Och nö. Och nö. Lasst mich doch mal in Ruhe. Und da ist der Nächste. Und da sind die Nächsten. Ey. Nö. Nö. Das ist jetzt unfair. Und schnell weg. Weck. Ähm. Äh. So. Alter. Leck mich fett. Ich brauche ein Bett, damit ich die Nacht überspringen kann. Wenn das hier überhaupt geht. Oh. Da ist eine Kiste. Au. Nein. Aus. Ich schmeck nicht. Ich schmeck nicht. Nein. Tschüss. Okay. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich ganz genau gesehen. Okay. Schaltplatte brauche ich tatsächlich nicht. War hier nicht grad noch irgendwie. Ich hab keine Fackeln mehr. Scheiße. Scheiße. Äh. Ja. Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Was ist? Da steht einfach nur Basic Bullet. Ich will wissen, für was für eine Waffe das ist. Oh Gott. Ah. Bub, 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 bub. Ähm. Kann bitte Tag werden. Danke. Danke. Oh. Da muss ich rein. Das sind Kakteni. Die werden wir bestimmt brauchen für irgendwas. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh auf. Nein. Ihr wollt doch was von mir. Nein. Geh weg. Ich will da mal ein Fahrt. Maaaaaa. Au. 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 Ich schmecke nicht. Geh weg. Geh weg. Es wird sich so gruselig erraten. Nein. Nein. Scheiße. Ach. Ach komm. Das ist doch jetzt ein Scherz. Eigentlich wie dumm kann man sein. Ja. Das war jetzt nicht Absicht. Also Sinn und Zweck des Ganzen. Das ist schon eine Mobfarme. Aber okay. So lange wie nachts ist kann man ja ein bisschen was farmen hier. Ich würd einfach nur den Spawner kaputt machen. Boah. Boah. Diese Babyzombie ist nur ganz ehrlich. Die fucken richtig ab. Ha. Ausgetrickst. Was ist denn der scheiß Spawner? Oh der ist auf der anderen Seite da hinten. Ja die kommen alle von dort. Ich würde doch nur den Spawner kaputt machen. Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Wo kommt denn der jetzt her? Ach das sind die Spawner. Ja gut. 1 So, Nummer 2 ist auch weg Und das ganze Prozedere hätte ich mir sparen können Ist doch echt ein schlechter Scherz Ähm, die brauche ich nicht Die brauche ich nicht Das brauche ich nicht Äh, nein Nein Die verbrennen nicht in der Nacht Nee Das globst du selber nicht Aber okay, bei Walking Dead Verbrennen sie auch nicht Also Eisenrüstung bringt gar nichts bei den Zombies Das ist schon mal Ja Sehr gut zu wissen Ähm, Essen kommt da rein Alles andere erste mal hier rein Bei allem die Munition So Haben wir wieder eine Quest abgeschlossene Genau Achte Hä Hä Warum fehlt mir hier hinten was Ist das da zufälligerweise zu dunkel Weil wenn ja, dann Mache ich da noch eine Fackel hin Das sollte nicht das Problem darstellen Das sollte nicht das Problem darstellen So Gut Äh Essen 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 Seeds Hier ist noch Weizen Das kommt da mit dem Final Zwei Seeds Äh, zweimal Weed Dann hätte nur das Ähm Wie lange bin ich denn aktuell dabei? Äh Äh Da Gut Ich würde sagen Ich mache ein kurzes Päuschen Und Jo Wir sehen uns gleich Wieder